Gut möglich, dass dieser Toyota das Auto ist, das zu Ihnen passt. Ein Hybridauto wird durch einen Benzin- und einen Elektromotor angetrieben. Hierdurch ist das Auto sehr sparsam und umweltfreundlich. Im Interieur finden Sie eine Klimaautomatik, Zentralverriegelung und Servolenkung. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt.